Durch die ganze Bahn wechseln Durchparieren zum Scherend und Mittelschritt am langen Zügel Durch die Länge der Bahn wechseln 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 Linke Hand Im Arbeitstempo antragen, leicht tragen. An den nächsten zwei langen Seiten die dritte verlängern. Die dritte verlängern. Auf dem Zirkel gewinnt. Zur geschlossenen Seite hin, Aussitzen und Angaloppen. Ganze Bahn, eine lange Seite, Arbeitsgaloppen. Nächste lange Seite, Galoppsprünge verlängern. Durch die ganze Bahn wechseln und auf der Wechsellinie durchpanieren zum Arbeitstrand. Leichttraben. Auf dem Zirkel gewinnt. Zur geschlossenen Seite hin, Aussitzen und Angaloppen. Die ganze Bahn, eine lange Seite, Arbeitsgaloppen. Nächste lange Seite, Galoppsprünge verlängern. An der kurzen Seite durchpanieren zum Arbeitsstrand und Leichttraben. Auf dem Mittelzirkel geritten. Und Zügel aus der Hand kauen lassen. Auf dem Mittelzirkel wieder auf. Zwischen E- und B-Zügel wieder aufnehmen. Die ganze Bahn. An der kurzen Seite aussitzen und durchparrieren zum Scheren. Mittelschritt am langen Zügel. E rechts um. Durch die Länge der Bahn wechseln. Die Bahn wechseln. Die Bahn wechseln. Und das ist Fürstenfall. Mütterlicherseits auf D'Ancié gezogen. Madonna Hesberg ist die Züchterin, die in Besitz der Zufsgemeinschaft Spöle von Heckenlücker. Und die Bahn wechseln. Die Bahn wechseln. астe. Das war's für heute. Vielen Dank.